Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhausi? Heute Sonntag haben wir ein Konfirmationsessen hier unter unseren Rosen. Und, jetzt müsst ihr einmal hören, vielleicht hört man das, alles voll, die Rosen blühen und alles ist voll Bienen. Es summt wie verrückt. Da hatten wir letzte Nacht wieder einen Gewittersturm. Es war ganz verrückt, ungefähr um 11 Uhr hat es losgelassen. Man wie, schon lange nicht mehr. In kurzer Zeit 20 Millimeter Niederschlag. Ein heftiges Gewitter. Man sieht es hier auf dem Tisch, der muss sich Bauerhausi jetzt reinigen. Alles voll Rosenblätter, Stühle, alles ist voll. Es summt und es duftet wunderbar, wie diese vielen Rosenblüten duften sehr gut. Rosen-Sorte, einmal blühende, und das ist jetzt der Fall, die schönste Zeit hier mit den blühenden Rosen. Dann trifft sich gerade gut zum Konfirmationsessen. Jawohl. So, es ist jetzt 12 Uhr, übrigens meine Uhrenband repariert, neues Uhrenband, für nur 45 Franken. Geht nachher. Geht nachher. 12 Uhr, Smoker angefeuert, damit der dann um 1 Uhr auf Full Power ist. Geht nachher. Geht nachher. Tisch bereit. Wir sind bereit für die Konfirmation von Angela. Jawohl. Ich glaube, es ist eigentlich viel Wedegard-Cavir. Kann ich dir geben? Ballerwein, Böckli, Rind, Glamm, Schuss. Yeah! Jetzt habe ich die Glatzköpfe. Jetzt noch alle zu mir. Yeah! 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 Jetzt noch alle zu mir. Yeah! Yeah!